An der Informatik fasziniert mich, dass wir in allen Branchen Informatikmittel einsetzen, zum Prozess zu optimieren und zum alltäglichen Sachen einfacher machen. Schon als kleiner Junge wollte ich Erfinder werden und einmal den Blitz einführen, um davon Energie zu gewinnen. Heute kann ich als Informatikingenieur jeden Tag kleine Erfindungen machen. Meine Haupttätigkeit ist das Entwickeln von massgeschneiderter Software für unsere Kunden. Dazu gehört mit dem Kunden zu reden, um seine Bedürfnisse zu verstehen und seine Branchen kennenzulernen. Wir helfen unseren Kunden, ihre Visionen zu verwirklichen. Als Beispiel haben wir Kunden unterstützt bei der Entwicklung eines medizinischen Laborgeräts. Dieses Gerät kann vollautomatische Blutproben auf unterschiedliche Krankheiten untersuchen. Mein Informatikstudium hat das Fundament für einen erfolgreichen Berufsinstitut gelegt. .